SCHNELL SUCHE Schnelle Suche Ich spiel Lunara An meiner Seite die Antania Ich hab noch keinen mit dem Arthas Skin gesehen Ich hab generell noch keinen Arthas gesehen Ich bin mal gespannt Vielleicht hat er ja den Skin Ich hab schon ein paar Arthas gesehen Arthasse aber noch keinen mit dem Skin Also auch nicht Guck mal der Butcher der ist so alt wie wir ne Ungefähr Vielleicht hat er ja den Skin der Arthas und Pah Wappnet euch Helden Wählt ein Talent Der Feind hat unserer Macht nichts entgegenzusetzen Natürlich Die Schlacht beginnt in 10 Sekunden Buongiorno Buongiorno 4 3 2 1 Lasst die Schlacht beginnen Hops 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 Die alten Schreine erwachen. Kontrolliert sie und setzt den Drachenritter frei. Ich muss mal kurz zum Pool. Ja, wenn wir hier den Schrein aber verlieren, dann haben die die Mitte, ne? Ja, was soll ich machen? Soll ich mich abballern lassen von dem Butcher und dem... Ja! Ja, den schnach. Na gut, dann nicht. Oh nein. Ich hab doch keine Ahnung vom Drachen, wenn ich den jetzt nehme. Nehm ihn! Nehm ihn! Ja. Ich hab mich extra geopfert dafür, aber es hat nichts gebracht. Ich mein, früher oder später musst du den Drachen mal nehmen und dann in der Stelle gehen. Hatte den schon mal, aber... Tja. Besser einen schlechten Drachen als Geiden, ne? Oh Gott, hier. Ich geh wieder drauf. Schnell, super! Oh Gott, der Arthanas, der kann einem schon fast leid tun. Alter, was geht denn da ab, Mann? Ich trau mich gar nicht von der Mitte weg. Oh, 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 motherfuckin' Butsch! Oh, wir sind ja wieder auf Sendung. Schön. Schön. Ich kann's nix machen. Feeding Deluxe, ne? Die weiter, weiter Welt. Alter, der Arthanas ist so schlecht. Der stirbt an dem Tower, Junge. Ich werde nicht in dieses Gefeindes zurückkehren. Nein! 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 Ich gehe etwas dazu. Wir sind heiß. Ich wage die Schalkenze. Und das so schnell wird mit des Flossen. Wenn ich sie… Ich bin schon total blow, vereinzelt. Ich bin schon Books, wenn, saç mal schnellverkonget Die Natur geht ihren Weg. Los geht's. Lass mich allein, du komischer, pälziger Typ. Die Macht der Schreien wächst. Der Drachenritter ruft aus dem Stein. Er will mir zählen. Ich zieh. Alter, wir roben und wir trotzdem level 10. Ja. Ja, das ist ja auch ein Team, ne. Dürft man nicht vergessen, trotz allem Frust und so. Und wir haben die übelsten Scrubs dabei. Der Athanis ist richtig hart schlecht. Komm weg, komm weg. Ich hatte keinen Sprung. Er geht zu spät, leider. Der Chen spielt auch wie so ein Bot, ey. Der Abatür kannst du abholen. Geil, hol ihn ab. Jawohl, Sir. Und sag früh genug Bescheid mir noch, wenn du nicht gedeft kriegst, bitte, ja. Verdammt, jetzt, jetzt killen die mich, jetzt killen die mich. Sag das früh genug. Was heißt denn, früh genug? Das war sofort. Ja, du siehst ja schon auf dich zurennen, oder? Ja, dann hab ich auch geschrien. Ja. Ist doch nicht vollendet! Ja, da lösen die auch schon zwei Level über uns. Die Natur geht ihren Weg. Die Natur geht ihren Weg. Ich würde auf 13 an deiner Stelle auf jeden Fall das Disziplin-Ding nehmen, dass du dich heilst mit den Schüssen. Noch mehr. Ja. Alter. Na ja, das ist sowieso. Aktiviert die Schreine. Nehmt die Macht des Drachenlövers in Anspruch. Komm schon. Der Atan, das ist der Beste. Oh man. What the fuck? Was war das denn jetzt? Ja, es darf dann schwer sein, oder? Klar. Ich glaube, ich hab keinen Bock mehr. Ja, das Gute ist, dass die Gegner halt auch so schlecht sind, dass sie den Drachen überhaupt nicht nutzen. Die machen einfach mal gar nichts mit dem. Guck dir das an. Na, komm, wir vergessen. Der Brille wird verrückt, ah. Ah, für den Abateur ist das ein Fest. Wir haben keinen Heiler und keinen Tank. Ich meine, den Atan kannst du nicht zählen. Und... Der Chen ist auch immer irgendwo alleine. Ja. 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 Die Natur und die Natur sind hier. Natürlich. Was war ein Bissar? Ihr habt ein Bissar verloren. Wir werden nicht verfahren. Ich muss mich zurückziehen. ich suche die feinde des waldes das war ein schöner rachehage das war ein echt guter rachehage ich werde dieses land erneuern der drache soll nicht länger ruhen entfesselt seine macht ich suche die feinde des waldes ich suche die feinde des waldes ich suche die feinde des waldes wir haben mittlerweile alle wieder released also der schreinier ist jetzt recht kann ich ja nicht zu sehen ja Ich komme hoch, damit ich den wenigstens halten kann. Naaah, die macht die Flöten! Kommt auf den Turm raus! Kommt auf den Turm raus! Hm, gegen Abaturm und Azubor habe ich wenig Chancen mit Lunara. Ich muss mich zurückziehen. Wo werde ich gebraucht? Eure Freunde haben eine Fischung zerstört. Ich gebe euch 9. Okay. Hm? Ich bin schon wieder auf den Turm raus. Im Ernst, Alter? Welchen Ernst meinst du? Die Natur geht ihren Weg. Geh mal schnell hoch. Ja, die kloppen schon auf unseren Core, ne? Hatanis gewinnt gerade sein erstes Spiel, glaube ich. Ich suche die Feinde des Waldes. Also, Top ist getappt, ne? Weiß nicht, der Chen da unten, der kriegt das bestimmt wieder nicht hin. Ich suche die Feinde des Waldes. Ah, helft ihr mal, ich geh mal in die Mitte. Mann, ich hatte nix ready. Der ist ja echt sehr unverantwortlich. Ja, der ist krass mit dem Abatur, ey. Da kannst du echt fast nix machen. Ja, ich mein, ne? Das ist Schnellsuche. Also, in nem Helden-Liga-Spiel hätte ich auch nicht Lunara ohne Heiler gegen Butcher mit Abatur gekriegt. Mhm. Also. Machen wir uns nix draus. Und dann noch den Artanis dabei. Der neunmal gestorben ist mit nem Tank. Oh, ist der D dabei, ist der D vorbei. Ja. Mal Glück haben. Die gehen nicht auf den Koa, ne? Voll gut. Wo? Ich wollt. Mhm. Ja. Du weißt ja. um seine Fussblut verloren zu haben Mann! Oh Gott Hygiena ist fast down Ah, wir auch alle. Ach was. Ich spiele jetzt mal was, das Solo ein bisschen tauglicher ist. Als Lunara, sorry. Oh!